Wir befinden uns in einer nicht allzu fernen Zukunft. In einer Zeit, in der sich die Stadt in der Hand von Kriminellen befindet. Es gibt eine Waffe, die sie aufhalten kann. Doch nur ein einziger Mann ist in der Lage, sie zu beherrschen. Wir führen einen totalen Gedächtnisverlust herbei. Nach ein paar kleinen kosmetischen Operationen wird er unser Fahrer sein. Transformation einleiten. Der meistgesuchte Gangster, der gleichzeitig der beste Fahrer ist, wechselt die Seiten. Er nimmt den Kampf gegen ein korruptes System auf und stellt sich in den Dienst der Gerechtigkeit. Mit der Viper erobert er die Straßen zurück.